Hello! Und weil es so gutes Feedback auf das letzte Bildbearbeitungsvideo zum Peter McKinnon Look gab, habe ich mich entschieden, heute geht wieder ein Bildbearbeitungs- oder Lightroom-Video online. Und zwar geht es da um einen Instagramer und YouTuber, den ich sehr cool finde, den Stil sehr gerne mag. Und zwar geht es um Jon Olsen, beziehungsweise auch Janni Dehler. Ja, die zwei haben einen super coolen Instagram- aber auch YouTube-Kanal, Vlogs laden sie hoch. Und die Fotos haben einen ganz eigenen Stil, dieser Beach-Look, bisschen Orange-Tea-Look aber auch. Aber eher dieses hellere, beachige. Und ich finde das immer sehr cool. Ich mag den Instagram-Kanal gern. Der hat auch einen eigenen Filmer, der heißt Benjamin Ortega. Der hat auch diesen Look, den er so umsetzt. Und genau in diese Richtung wollen wir gehen. Ich nenne es jetzt mal den Jon Olsen-Look. Und ja, schauen wir, dass wir da ein richtig epic Bild raushauen. Ich werde euch wieder Schritt für Schritt zeigen, was wir da machen müssen in Lightroom, was für Regler wir da ziehen müssen, auf was wir schauen müssen. Wir starten aber jetzt als erstes, indem wir jetzt mal vom Jon Olsen den Instagram-Kanal analysieren, die Bilder ein bisschen anschauen und einfach für uns lernen, was macht diesen Look aus, auf was müssen wir da schauen, sind das Kontraste, die Farben, Weißabgleich, sonst was, was ist da wichtig. Und deshalb werden wir jetzt mal seine Bilder analysieren. Schaut weiter. Okay, dann starten wir mal direkt mit der Bildanalyse, weil die haben diesen sehr eigenen Stil. Genau. Also ich habe hier mal seinen Kanal offen auf Instagram. Ihr seht, eine Million Abos ist schon eine krasse Nummer. Und wenn ihr schon dabei seid, würde ich mich auch sehr über ein Abo auf meinem Kanal hier freuen. Das ist mein Insta-Kanal, wenn ihr schon dabei seid. Wie gesagt, ich freue mich über jedes Abo von euch, auch auf Instagram. Ja, das sind viele Werbefotos von mir. Ich wechsle jetzt mal wieder zurück hier zu Jon Olsen. Und mir geht es heute um diesen Beachy-Look, so wie hier bei dem Foto. Da haben wir viele diese Blautöne im Wasser, dieses leicht Orangige in den Hauttönen, beziehungsweise so wie wir hier sehen oder hier. Also es geht explizit um diesen Look, weil man muss sagen, Jon Olsen wechselt natürlich auch ein bisschen mit seinen Bildlooks hin und her. Also er verwendet nicht immer den gleichen Filter auf alle Fotos, sondern wechselt natürlich auch und für gewisse Fotos verwendet er einen gewissen Look. Aber vor allem hier überall, wo viel Wasser zu sehen ist, haben wir diesen Look, den wir heute nachbauen werden und so nah herankommen wollen, wie es nur geht. Und das ist das Ziel. Das Gleiche, ich wechsle mal hier zu seiner Frau, zu Janni. Und das seht ihr auch hier im Wasser, wie sie da steht. Schöne Blautöne. Und wie gesagt, das erste ist mal, wir müssen mal analysieren, was machen die hier, was macht diesen Look aus. Und ja, ich öffne mal hier wieder dieses oder das Foto hier mit dem Kind von denen. Und da geht es einfach drum. Ja, zum einen kann man natürlich sagen, das ist so ein klassischer Teal Orange Look. Ja, und das Besondere an diesem Teal Orange Look ist, dass das besonders stark ins Auge springt, weil das sind zwei Farbkombis, die das Auge besonders gut wahrnehmen kann. Und das ist sehr ansprechend. Das mögen wir Menschen gern. Und ja, wichtig ist natürlich hier, würde ich mal sagen, dass es einen gewissen weichen Look auch hat. Warte, ich öffne mal hier. Das sieht man hier bei den Bildern ganz schön. Die sind auch irgendwie weich. Vor allem bei den Highlights, also bei den hellen Bereichen, hat der es abgesoftet und weicher. Aber auch bei den tiefen Bereichen. Es sieht zwar schön schwarz gesättigt aus, sondern ist auch sehr kontrastreich. Aber es ist trotzdem irgendwie weich, dieser Look. Und ich werde euch zeigen, wie wir das hinbekommen. Und das andere, was natürlich hier wirklich ins Auge springt, ist einfach diese Blautöne, diese richtig gesättigten Blautöne, die aber auch ganz leicht auch so ins Türkise gehen. Es ist nie so ein dunkles Blau, sondern eher ein türkises Blau. Und ja, das sind immer die wichtigsten Sachen, sage ich mal. Teal Orange Look, die Blautöne, die sehr gesättigt sind und so umgesetzt werden, aber auch, dass das Bild kontrastreich, aber trotzdem irgendwie weich wird. Und ich habe mir jetzt folgendes Foto hier geöffnet. Das ist meine Frau jetzt. Ja, das war jetzt im März diesen Jahres. Und wir waren auf den Bahamas. Und ich wollte jetzt auch ein Foto natürlich mit viel mehr und auch ein bisschen Blautönen drin. Aber man kann natürlich jegliches Bild dafür verwenden. Nur ein Disclaimer vorab. Wenn ihr das macht, ja, also diesen Look nachbaut, es ist nicht so, dass man eins zu eins einfach die Regler nachziehen kann und jedes Bild wird dann korrekt so aussehen in dem Look, wie in dem John Olsen Look, sondern man muss natürlich ein bisschen individuell, vor allem auch die Belichtung und die Farbtemperatur, also den Weißabgleich einstellen, damit man schon näher rankommt und natürlich auch für jedes Bild das anpassen, weil natürlich die Lichtsituationen nicht immer die gleichen sind. Und es ist nicht jede Kamera gleich, es ist nicht der Hautton von allen Menschen vor der Kamera gleich und das muss natürlich zu einem gewissen Grad angepasst werden. Ich starte hier mal und werde euch jetzt, ja, ich probiere mal schnell und zügig, Schritt für Schritt alle Regler durchzugehen, zu erklären und zu zeigen. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal hier mit der Aufnahme. Ich zeige euch mal hier ein Nachher-Foto, das von den Farben jetzt etwas extremer ist. Man kann das in allen Bereichen nochmal ein bisschen herunterregeln, abmatten. Das ist nur so jetzt, um euch zu zeigen, in welche Richtung es geht. Hier ist links das Vorher, rechts das Nachher und wir mal richtig diesen Teal-Orange-Look, also dieses türkise-blau und orange Haut und da wollen wir hin. Wir legen jetzt mal los. Ich zeige euch nochmal vom Jon Olsen kurz ein Bild. Ja, ihr seht hier, dieses Blau ist wirklich klar gesättigt und so weiter und das wollen wir jetzt halt auch erreichen. Und als ersten Schritt geht es einfach mal um diese Farbtemperatur. Mir gefällt einfach der Weißabgleich in dem Bild nicht so ganz. Die Kamera war auf Automatik eingestellt, aber wir werden das jetzt ein bisschen runterregeln. Weißabgleich werden wir von der Temperatur niedriger machen, bläulicher. Ist im ersten Moment etwas komisch, würde man denken. Gehen wir so auf 5400 Kelber ungefähr. Aber ihr werdet sehen, nachdem wir die anderen Regler dann auch noch anpassen, passt dieses Bläuliche gut. Wobei, ihre Hauttöne gefallen mir hier nicht ganz so. Ich glaube, bei der Tönung müssen wir auch ein bisschen runtergehen. Wir gehen jetzt mal hier auf ungefähr 28er Tönung, plus 28. Ja, machen wir plus 27. Und genau, mir ist das ganze Gesamtbild einen Ticken zu dunkel. Ich finde allgemein, dass Kameras immer etwas zu dunkel belichten. Und deshalb werde ich das jetzt hochregeln. Ich würde so 0,3 oder ein Drittel Blende hochgehen in dem Fall. Das ganze Bild ist schon etwas heller und freundlicher. Aber das müsst ihr individuell natürlich für eure Bilder selbst entscheiden. Aber nur, dass ihr ungefähr eher auf diesen helleren Look kommt. Und jetzt für den Start eher ein bisschen bläulicher die Aufnahme. Was ich sonst nicht so oft mache. Genau. Damit wir diesen vollen Dynamikumfang aus der RAW-Datei herausholen, gehen wir jetzt mal mit den Lichtern auf minus 100. Und mit den Tiefen sehr hoch. Also plus 100 muss nicht sein, aber je nach Bild natürlich. Aber ich gehe hier so auf plus 75. Ja, plus 75 ungefähr. Einfach, weil man da viel mehr aus der RAW-Datei, aus dem Dynamikumfang herausholt. Funktioniert nicht bei jeder Datei oder bei jedem Foto. Manchmal sieht es sehr fake aus. Wenn euch das zu unrealistisch ist, dann müsst ihr im Nachhinein einfach vor allem die Tiefen hoch und runter ziehen. Und ich verwende eine Canon-Kamera. Das ist mit einer Canon EOS R aufgenommen. Ich lasse euch das mal hier einblenden, die Details hier, die Einstellungen. Ich war hier bei 1,320 Sekunde, Blende 6.3 ISO 100, bei 27 mm mit dem 16 bis 35 mm F4. Das Blende 4 Objektiv, das ist eine L-Linse. Ist in dem Fall egal eigentlich, weil die Einstellungen machen hier nicht viel Unterschied. Aber nur, dass ihr wisst, die Canon-Kamera sagt man, da kann man die Höhen sehr gut runterziehen, die Tiefen aber nicht so gut rauf, wie zum Beispiel bei einer Sony-Kamera. Aber das müsst ihr für euch selbst entscheiden. Machen wir weiter. Ich will ein bisschen mehr, dass diese Farben knallen und deshalb werde ich jetzt das Weiß mal hochschießen auf plus 30 und das Schwarz muss ein bisschen dunkler werden und da gehen wir gefühlsmäßig jetzt auf minus 30. Kann man alles natürlich im Nachhinein auch noch ein bisschen ändern. Wie ihr hier bei dem Foto von Jon Olsen seht, Klarheit ist knallt richtig und deshalb werden wir hier auch die Klarheit hochdrehen. und ihr müsst hierbei bedenken, also ich gehe mal hier auf plus 50, ihr müsst hierbei bedenken, das wirkt vielleicht jetzt ein bisschen zu krass. Ich finde die Klarheit auf einem großen Monitor zu arg, aber wenn ihr das jetzt auf Instagram posten wollt und man schaut das zum Beispiel hier im Desktop in der Größe an, am Handy auf einem noch kleineren Bildschirm, dann kann man die Klarheit sogar noch ein bisschen weiter hochschießen und das fällt nicht so krass auf. Also es kommt darauf an, wo das Bild dann betrachtet wird. Also für Instagram kann man da ein bisschen mehr Kontrast und Klarheit hochziehen. Und das ist mal das Erste und ich würde sagen, damit wir jetzt noch mehr zu diesem Look kommen, also so wie wir es hier haben mit diesem bläulichen und dem Ganzen, wie gesagt, das ist ein bisschen übertrieben jetzt bei dem Nachherfoto, weil ich euch das auch zeigen will mit Nachregeln, aber damit wir so in die Richtung kommen, wechseln wir jetzt zu diesen Farbeinstellungen. Das ist diese HSL-Farbpalette. Man kann entweder die einzelnen Farben anzeigen lassen und durchklicken oder so wie da alle anzeigen lassen oder Farbtonsättigung, Luminanz einzeln, kommt alles aufs Gleiche. Wichtig hierbei ist einfach, ich finde diese Hauttöne, und das werde ich hier nochmal zeigen, wobei das war bei Ihrem Profil schöner, diese Hauttöne sind sehr orangeig, also extremst orangeig und man muss ehrlich sagen, sie sind immer extremst gebräunt. Ich meine, es hilft natürlich, wenn man wirklich in viel in der Sonne ist und braun ist, aber die Janni und der Jon Olsen, die bräunen sich schon digital sehr stark nochmal nach. Das ist noch ein gutes Beispiel, zum Beispiel für was wir hier machen. Ich schaue, wie braun die sind, also tiefbraun. Und ja, die sind in echt braun, aber man sieht, dass es digital noch brauner gemacht wurde. Ganz, ganz, ganz klar. Und das werden wir jetzt so ein bisschen machen. Und zwar, wir starten jetzt erstmal hier beim Farbton. Da würde ich das Rot ein bisschen höher machen. Also ich gehe das auf plus 18. Orange lasse ich mal, aber es ist ja hauttonabhängig. Meine Frau hier, die hat schon eher so olivfarbige Haut, sage ich mal. Wenn ihr heller seid, dann müsst ihr das anders anpassen natürlich, aber ich lasse das mal. Aber man könnte auch ein bisschen ins Rötliche gehen. Ich lasse das erstmal gelb, werde ich aber, das Gelb werde ich mehr ins Orange ziehen jetzt. Also da gehe ich auf minus 18. Genau. Da könnte man sogar noch mehr. Oder machen wir minus 22, 20. Und die Grüntöne gehe ich auf minus 34. Aber da müsst ihr alles ein bisschen probieren. Wichtig ist hier, ich meine, hier macht das Grün nicht viel aus, aber wenn da zum Beispiel das Meer vielleicht ein bisschen grünlich ist, dann würde ich es eher mehr auf der rechten Seite lassen, mehr ins Blau nehmen. Aber in dem Fall, ja, machen wir so minus 30. Das ändert sich dann mit der Kamera-Kalibrierung nochmals. Deshalb mache ich diese Voreinstellung. Und das Interessante ist hier, wir haben Aquamarine und wir haben Blau. Und das Aquamarine ist so ein bisschen, dieses, die Mischung zwischen Blau und Grün, sage ich mal. Und da kann man etwas feiner einstellen. Und ich werde dieses Aquamarine jetzt eher ins Dunkelbläuliche, also eher ins Blau ziehen, sagen wir plus 41, weil das wirkt jetzt erstmal kontraproduktiv für den Look, den wir haben wollen. Das seht ihr hier unten sehr stark. Aber ich will, dadurch kann ich mit dem Blauregler das einheitlicher regeln in einem. Und das Blau werde ich aber eher wieder ins Türkise ziehen. Machen wir mal hier minus 21. Und deshalb habe ich erst den Aquamarinenregler nach rechts gezogen und das Blau nach links, damit das ein bisschen einheitlicher wird. Und ich finde, man sieht jetzt schon, dass wir dem Look schon nahe kommen. So war das Original, als wir gestartet haben. Und wir sind schon hier. Also die Blautöne sind schon schön, finde ich. Die Haut sieht noch sehr, sehr matt aus. Also Blau haben wir auf minus 20, minus 21 ungefähr. Lila und Magenta haben wir hier im Bild. So gut wie gar nicht. Ja, so gut wie gar nicht stimmt auch nicht. Das Lila könnte man noch ein bisschen ins Bläulich hier oben ziehen. Also ein bisschen nach links ziehen. Machen wir das so auf minus 25. Und Magenta haben wir nichts. Lasse ich einfach. Wir machen dann weiter mit der Sättigung. Weil jetzt haben wir die Farben verändert und jetzt können wir die Sättigung für die einzelnen Farben verändern. Und das ist dann wirklich das Interessante, weil hier können wir jetzt zum Beispiel das Orange, wo ich meinte, da will ich noch ein bisschen nachhelfen, das können wir jetzt anpassen und das werde ich jetzt stärker sättigen. Und zwar, ich gehe hier, sagen wir so auf plus 38, plus 40. Da seht ihr schon einen Unterschied. Ihr ganzer Hautton wird orangeiger und Gelb kann man fast lassen. beziehungsweise ich gehe auf plus 5. Das müsst ihr individuell immer entscheiden. Ganz klar. Und das Grün werde ich ein bisschen runter regeln, weil ich will eher diese Blautöne und nicht diese Grüntöne. Aber ich gehe auf minus 11. Natürlich abhängig, wie euer Foto aussieht. Und beim Aquamarine, wie ich euch schon gesagt habe, ich öffne nochmal hier ein Bild von denen. Okay, bei dem Bild ist es nicht so krass, aber er verstärkt immer diese Blautöne. Hier sieht man es schön. Diese Blautöne enorm. Die sind dunkel und gesättigt in dem Fall. Wenn man das mehr so wie da haben will, muss man es etwas weniger sättigen. Aber das kann man ja nachträglich noch machen. Aber ich werde jetzt mal das Aquamarine hochschießen auf plus 30 ungefähr. Und aber gleichzeitig das Blaue etwas runter machen. So auf minus 19. Lila, wie gesagt, ist oben ein bisschen im Bild. Das werden wir auch ein bisschen runter regeln. Und da gehe ich auf minus 25, 24. Magenta lasse ich wieder. Und wir machen dann mit der Luminanz weiter. Und die Luminanz entscheidet, wie hell und dunkel die einzelnen Farben sind. Also die Sättigung sagt, wie stark die Farben sind. Der Farbton verändert die Farbe im Allgemeinen. Sättigung, wie stark die Farbe ist. Und die Luminanz sagt, wie hell oder dunkel der Farbton ist. Und das machen wir jetzt. Und zwar die Luminanz. Ich habe euch schon gesagt, der John Olsen und Janni, die bräunen sich ganz stark nach. Und das machen wir hier jetzt, indem wir den Rotton schon mal runterfahren. Machen wir es auf minus 50, 52 habe ich jetzt. Und vor allem der Orangetonhaut da rein. Also ich hoffe, ich habe hier noch das Bild von denen offen. Schau, wie er da aussieht. Das sieht so aus, als hätten sie da einfach die Luminanz auch stark runter geregelt. Ich zeige, ich gehe mal auf Vollgas. Dann wird jetzt meine Frau hier schwarz. Aber das kann man jetzt natürlich regeln, wie braun man werden will. Und indem man dann auch die Farbe hier ändert, kann man natürlich sagen, ich will eher ein gelbes braun oder ein oranges braun. Und ich werde jetzt hier diesen Orangeregler ein bisschen runterziehen. Da müsst ihr einfach, ich gehe so auf minus 9 in dem Fall. Wenn ihr, ich meine, sie ist eh schon braun. Wenn ihr sehr ein heller Typ seid, könnt ihr das weiter runter regeln oder weniger. Den Gelbton kann man natürlich jetzt auch runter regeln. Das seht ihr, da verändern wir vor allem hier im Holz einiges. Gar nicht so viel jetzt bei ihr. Aber ich finde das was cooler, wenn das Gelb jetzt in Kontrast dazu heller ist. Ich gehe auf plus 30, weil dann knallt das ganze Bild ein bisschen kontrastreicher. und das kann man natürlich je nach Bild anpassen. Grün lasse ich in dem Fall oder mache ich einen Ticken heller, machen wir einen Ticken heller. Aber Aquamarine und Blau, wie ich gesagt habe, der Jörn Olsen hat diese knalligen Blautöne und diese tiefen Blautöne, so wie bei dem Bild jetzt. Und deshalb werden wir die Luminanz vom Blau herunterziehen. Also oder vom Aquamarine erst und danach vom Blau. Und da könnt ihr jetzt wirklich selbst entscheiden, wie blau ihr dieses Bild haben wollt. Ich wollte, ich gehe mal auf minus 19 und das Blau dann noch ein bisschen krasser auf minus 28, minus 30 um den Dreh. Und das knallt jetzt schon richtig. Color Grading, da kann man ganz stark das anpassen. Das ist so quasi die Teiltonung oder nur ganz schwach. Ich mache es jetzt mal ganz schwach. Und zwar will ich da ein bisschen dieses Orangige reinkriegen. Ich gehe da zu den Lichtern. Das ist jetzt ganz neu bei Lightroom, auch dieses Modul. Also wenn ihr ein älteres Lightroom habt, dann könnt ihr das jetzt einfach überspringen. Und ich will diese hellen Töne ein bisschen so im Orangen, Roten. Und das Coole ist, man kann entweder hier so reinziehen und das machen, aber wenn man das genauer einstellen will, ist es besser, ihr zieht hier am Rand. Also ich gehe da ein bisschen ins Orangige. Und dann kann man das runter regeln und man verstellt dann nicht mehr die Farbe. Aber ich mache das minimalst, nur diese Teiltonung und dieses Color Grading. Ich gehe da auf Sättigung 6, Farbton 18 und ich gehe jetzt in die Schatten. Also Mitteltöne lasse ich aus, weil das machen wir sowieso in der Gradationskurve. Und hier sind wir auch ungefähr so und gehen minimalst. Also das kann man eigentlich auslassen fast. Ja, man sieht einen kleinen Unterschied. Das Wasser wird ein bisschen so orangiger. Wir machen jetzt weiter. Und zwar ist das sicher einer der wichtigsten Schritte. Und zwar geht es um die Kalibrierung, die Kamerakalibrierung. Das haben wir schon beim Peter McKinnon gehabt. Weil da kann man das richtig, richtig anpassen. Wie ich hier jetzt zeige bei dem Bild, ist es richtig knallig. Und wir gehen jetzt mal auch so ein bisschen in die Richtung. Und zwar hier Primärwerte Rot schießen wir mal hoch auf plus 40. Seht ihr das schon mal? Also da verändert sich schon mal hier der Hautton etwas. Ist aber jetzt nicht der große Unterschied, aber der riesen, riesen, riesen fette Unterschied für den Farblook ist der Primärwert Blau. Weil der macht diesen Teal Orange Look und da gehen wir auf minus 60. Bam. Unglaublich, oder? Schon haben wir diesen Look. Für meinen Geschmack jetzt ein Ticken zu stark. Und deshalb werde ich hier die Sättigung von Primärwert Blau runterregeln. So wie es mir halt jetzt gerade gefällt. Joa, ich sag mal so, minus 40. Und vom Rot kann man auch noch runterregeln. Aber da seht ihr, da kann man schon einiges runterregeln. Und da könnt ihr auch entscheiden, ich öffne nochmal hier die Bilder von ihm, ob ihr dieses Knallige haben wollt oder so wie hier ist das Blau etwas abgemattet. Und wenn man das haben will, kann man natürlich hier die Sättigung noch weiter runterregeln. Beziehungsweise natürlich hier bei dieser Palette auch nochmals, also beim HSL hier, die Blausättigung runterregeln. Weil dann wird dieses Blau ein bisschen angenehmer zum Anschauen. Und das mache ich jetzt auch, weil ich fand das andere zu krass. Dafür mache ich aber das Orange wieder ein Ticken höher. Und wie ich gesagt habe, zu guter Letzt schauen wir uns jetzt noch die Gradiationskurve an, weil da kann man auch noch alles machen und alle Farben ändern und den Look ändern. Aber wie ich euch schon gesagt habe, er hat bei den hellen Bereichen das oft abgemattet und bei den tiefen Bereichen auch. Da ist so ein Fade drin, würde man im Englischen sagen, dass er schön weich ist. Und das machen wir, indem wir zum Beispiel unten, also jetzt ist es ganz im Tiefspaß hier unten, die Gradiationskurve, die heben wir an. Ein bisschen, dann müsst ihr auch noch Gefühl. Und auf der Seite oben ziehen wir es etwas runter. Und das mattet das Ganze schon stark ab. Seht ihr, wird aber langweilig. Es verliert Kontrast im Zuge dessen. Und deshalb machen wir so eine typische S-Kurve, weil dann kriegen wir diesen Kontrast wieder rein. Ich hebe da wieder an, die Höhen etwas. Aber wir wollen vor allem die Tiefen auch wieder drin haben. Und dann haben wir wieder dieses leichte S. Aber die Tiefen kann man hier zum Beispiel, jetzt nur die unteren Bereiche der Tiefen, kann man hier nochmal runterziehen. Und dann seht ihr, wird es untenrum, das Schwarze wird schwarzer. Aber gleichzeitig wird es oben auch heller. Und hier, wenn ich hier einen Punkt setze, kann ich die Mitteltöne so anpassen, wie ich das haben will. Und ja, ich glaube, hier kommen wir schon sehr gut und nah heran. Und das ist so, wie ich jetzt die Gradationskurve hier mal anpassen würde. Also etwas abgemattet. Vielleicht mache ich da noch einen kleinen Punkt. Aber da haben wir schon richtig cool diesen Look Intus. Ja, da sind wir schon nah dran. Und ich finde das jetzt eigentlich schöner, als das Vorher, also als das Nachher, was ich gerade vorhin schon gezeigt habe, weil das etwas grell ist. Und hier haben wir das Ganze vor allem von Blau etwas abgemattet. Und im Vergleich zu dem Bild ist das schon mal viel näher am John Olsen Look. Wenn ihr noch weiter hier rumspielen wollt, man kann auch hier in der Gradationskurve zum Beispiel die Mitteltöne rötlicher, bläulicher machen, beziehungsweise nur die Höhen, Tiefen. Das Gleiche natürlich zum Beispiel hier im Blaukanal kann ich alles gelb machen, alles blau machen. Das lasse ich jetzt, weil ich finde, da kann man auch viel zerstören. Na, ich werde das Orange ein bisschen stärker, nochmal orangeiger machen. Also die Luminanz etwas tiefer, damit sie mehr knallt. Also der Hautton und das so. Und wie gesagt, jetzt könnt ihr einfach selbst entscheiden, wollt ihr das Blau super knallig haben, oder nicht. Weil das könnt ihr dann einfach hier anhand der Sättigung regeln. Und was da John Olsen noch ein bisschen in seinen Bildern hat, das zeige ich euch mal hier. Ich meine, da hat er richtig, richtig tiefe Blautöne. Aber was er auch gerne verwendet, so wie hier, ist eine gewisse Vignette, mit der er arbeitet, dass da das Blau nochmal abgedunkelt wird, auf der anderen Seite etwas heller. Und wenn ihr das machen wollt, nehmt ihr euch hier zum Beispiel mit einem Verlaufsfilter, da kann man von oben das mal abdunkeln. Warte, ich ziehe das mal, doppelklick hier rauf, und dann kann man nochmal von oben so ein bisschen abdunkeln. Ich mache das ein bisschen den Verlauf stärker. Und man könnte jetzt von unten das Gegenteil machen, und heller. Einfach, dass wir so einen Verlauf haben im Bild, dieses hell zu dunkel. Das ist immer ganz nett. Und hier die Wasserspritzer, zum Beispiel bei den Füßen, da würde ich die Klarheit punktuell noch erhöhen, indem ich hier den Korrekturpinsel nehme. Shortcut ist K, weil mit dem Korrekturpinsel könnte ich jetzt hier die Klarheit anklicken, und einfach hier seht ihr eh die Klarheit nochmal hochschießen. Machen wir es so. Dieser Wasserspritzer nochmal stärker zu erkennen. Natürlich könnt ihr das jetzt individuell machen, wo ihr wollt. Also man könnte auch das Holz hier nochmal stärker so herausholen. Das würde ich auch, das mache ich jetzt auch mal so. Und ja, so sieht das aus. Das ist aber im Grunde schon der ganze Look. Und ich hoffe, das Video gefällt euch auch gut. Ich finde sowas immer sehr, sehr, sehr interessant. Auf der linken Seite haben wir das vorher, auf der rechten Seite haben wir das nachher. Hier zeige ich euch nochmal so die John Olsen Bilder. Also ich glaube, wir kommen da schon richtig, richtig nah an den Look ran. Und wie gesagt, er wechselt ja auch gerne durch. Doch, aber das ist so der typische John Olsen Look. Und noch ein ganz kleiner Tipp. Ich gehe hier nochmal zur Entwicklung. Wenn ihr diese hellen Bereiche nochmal abgemattet haben wollt, dann nehmt hier den Weißregler. Also man kann es hier auf der Graduationskurve machen, wie gesagt. Aber man kann auch den Weißregler runterziehen. Gleichzeitig die Belichtung etwas hoch. Dann wird das auch etwas matter, aber man verliert an diesem kontrastreichen Look. Also da müsst ihr einfach selbst ein bisschen scheiden. Aber wir haben jetzt mal dieses Blau so hinbekommen, wie er es hat. Und ich finde das richtig, richtig cool. Ja, das war jetzt einer der John Olsen Looks. Wie gesagt, er hat mehrere Looks und die werde ich auch in Zukunft noch nachbearbeiten und euch zeigen, wie das geht. Ich habe hier zum Beispiel ein Beispiel dieses Entsättigte, was er oft bei den Autofotos verwendet. Das werde ich mal probieren. Beziehungsweise hat er auch hier, dass er sehr viel Schwarz drin hat und nur noch das Orange. Das ist eh so ein bisschen wie der Peter McKinnon hat, was ich im letzten Video gezeigt habe. Ich werde das einblenden jetzt. Klickt das an. Und ja, die John Olsen Looks werde ich mal durchgehen. Geplant. Als nächstes würde ich gerne den Tony Marfout Look durchgehen. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Ich finde, der hat auch einen richtig krassen, coolen Look. Dann auf Instagram Anna Nasshaft ist eine coole Fotografin. Da würde ich gerne den Look ein bisschen nachbauen und euch zeigen, wie das geht. Die ist noch viel softer unterwegs. Und bitte schreibt drunter, wenn ihr einen Wunsch habt, irgendeinen Influencer, den ihr oder Influencerin, die ihr cool findet und wenn ich das nachmachen soll. Ich finde, mir macht das super Spaß. Ich überlege mir auch eventuell, diese Sachen dann auch als Preset Pack anzubieten. Schön günstig für euch, damit ihr gar nicht euch die Arbeit antun müsst, das eins zu eins nachzumachen, sondern könnt ihr die Presets anklicken. Aber ist total interessant. Ich lerne immer was dazu. Ich probiere hier herum, wie ihr es seht. Und ich hoffe, euch gefallen diese Videos. Ich stecke da echt viel Zeit rein. Ihr seht ja, ich muss erst mal das Ganze durchprobieren von Anfang bis Ende. Erklären, aufnehmen. Aber ist super cool. Macht mir total Spaß. Und viel Spaß beim Fotografieren bei Lightroom. Und wenn euch diese Videos gefallen, hinterlasst ein Abo. Ich freue mich. Wir freuen uns. Ciao. Bis zum nächsten Mal.